Was beschäftigt euch? Kommt alle, es ist Zeit. Unsere Prüfung steht bevor. Womit kann ich zu Diensten sein? Mehr Arbeit? Und so beginnen wir. Wir dienen nicht nur unseren, sondern allen hilfesuchenden Seelen im Universum. Was uns auch erwartet. Wir bleiben stark. Kein Hindernis noch Tragödie lässt uns wandeln. Wir vertrauen auf die Ordnung der Schattenlande und unsere Rolle darin. Dem Herz eines Kyrianers ist zweifelfrei. Bleiben wir treu. Lernen stets dazu und bessern uns in unserer Berufung. Die Dürre hält sich hartnäckig. Wir müssen eine Lösung finden. Und auch wenn wir dieselben durchschreiten, führen sie uns in unterschiedliche Wände. Viel Glück allerseits. Mögen unsere Pfade sich im Triumph treffen. Gehen wir. Es ist Zeit, den Schleier zu durchschreiten. Willkommen, Kleia, auf Azeroth. Als letzte Prüfung werdet ihr eine Seele aus einer Stadt namens Seenheim im Rotkammgebirge tragen. Azeroth, von hier stammt ihr? Ich freue mich noch mehr, euch bei mir zu haben. Friede sei mit euch. Fliegt von eurem Böden befreit. Bitte. Ich muss meine Familie beschützen. Nehmt mich ihnen nicht. Weint nicht, Ben Howe. Bitte. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Wir sind da, um euch zu helfen. Lasst uns euer Ende sehen. Arbeit abgeschlossen. Der Friedhof? Warum bin ich... Egal. Ich muss nach Hause und sehen, ob meine Frau etwas braucht. Unfassbar. Aber alles scheint in Ordnung. Sind das wirklich seine letzten Augenblicke? Bald versteht ihr. Diese ruhigen Momente dienen dem Verständnis seiner Seele. Hey, Vernon. Ist das Boot wieder undicht? Noch schlimmer, Ben. Der Fels hat das Holz komplett durchschlagen. Ich bring dir später ein paar Bretter vorbei. Geht aufs Haus. Man sieht sich. Ich habe nach dir gesucht. Komm schnell zurück, wenn du fertig bist. Ich habe eine Holzlieferung für den Magistrat. Schön gerne, mein Schatz. Hallo, Papa. Bist du gekommen, um mir im Garten zu helfen? Bin ich. Nur einen Augenblick. Mehr Arbeit. Arbeit abgeschlossen. Ich habe die Limonade getrunken. Es ist nicht viel übrig. Trink sie nur, wenn du richtig Durst hast. Ja? Ich spare sie mir für später auf. Hab dich lieb, Papa. Ich dich auch. Mehr Arbeit. Mehr Arbeit. Arbeit abgeschlossen. Ich bin zurück, bevor du Kaninchen im Kaninchenstall sagen kannst. Guten Morgen, Liebling. Ich liebe dich. Das Abendessen steht auf dem Tisch, wenn du fertig bist. Nicht trödeln. Ich bin zurück, bevor du Kaninchen im Kaninchenstall sagen kannst. Nicht nur seine Familie, sondern das ganze Dorf scheint ihn zu lieben. Welch simples Leben. Was hat ihn zu uns geführt? Nicht nur seine Familie, sondern das ganze Dorf scheint ihn zu lieben. Ben, wir sprechen gerade darüber, vielleicht die Miliz wieder einzuführen. Wärt ihr bereit, sie wieder anzuführen? Tut mir leid, Solomon. Für mich gibt es nur noch ein ruhiges Leben mit Farmarbeit und Holzfällen. Grüße. Ziehe den Ehrenfreunden. Hallo? Magistrat! Die Geißel! Greift an! Die Geißel? Schönen Tag, auf. Wir müssen die Bürger schützen. Bitte, die... Das Rathaus ist unsere beste Chance. Ich werde die Vorbereitung treffen. Die Geißel? Nein. Keiner von ihnen wird überleben. Mehr Arbeit? Was kann ich für euch tun? Mehr Arbeit? Braucht ihr etwas? Mögen eure Reisen sicher sein. Wow! Mehr Arbeit? Hallo? Mögen die Reisen sicher sein? Mehr Arbeit? Mehr Arbeit? Mehr Arbeit? Mehr Arbeit? Mehr Arbeit? Wie läuft dein Tag? Danke, mein Schatz. Mehr Arbeit. Gib acht, Liebster. Kinder, rein mit euch. Meine Familie. Ich werde euch beschützen. Welch grausamer Tod für einen schlichten Mann. Sein Mut ist grenzenlos. Ihr habt euch Frieden im Jenseits verdient, Ben. Meine Familie. Hilflos zurückgelassen. Ich diene nicht nur der Bastion, sondern den gesamten Schatten landen. Habt keine Furcht, denn in eurem Tod lebt ihr erneut. Wir werden diese Dürre beheben, Ben. Ich werde eure Seele schützen und euch in eine neue Welt geleiten. Der Schmerz vergeht. Das Schicksal eint uns. Das Horn des Schleierflugs ruft aufgestiegenen, die euch nach Orivas bringen. Dort empfängt Ben sein Urteil. Mehr Arbeit. Ben, dies ist erst der Anfang. Ich bin sehr gespannt, in welches Reich man euch schickt. Man wird eure Selbstlosigkeit und Tapferkeit belohnen. Die Richterin wird nun über Bens Seele urteilen und ihnen sein verdientes Leben nach dem Tod schicken. Moment. Wo sind die Seelen? Sie sollten aus Uribos heraus in ihre neuen Reiche strömen. Da sind sie. Aber wieso kommen sie alle in den Schlund? Ben! Mehr Arbeit. Womit kann ich zu Diensten sein? Arbeit abgeschlossen. Ich diene nicht nur der Bastion, sondern den gesamten Schattenlanden. Alle gingen an die Schrecken des Schlunds verloren. Ich verstehe. Was beschäftigt euch? Ich muss erst etwas darüber nachdenken. Wir sehen uns in der Festung. Die Richterin sieht alle wahr. Oh mein Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020